Nein, die Menschenmasse reingeschmissen. Achtung, guck... Oh, fucken, schiebe! Ich hab einfach Lack. Okay, doch nicht. Das ist Cash, Almas. Das ist, du kannst da, ey. Du kannst, ach, du kannst da, ey. Dicke Nutkafe ohne Dünnie noch dazu. Das ist fucking hot, dude. Ich kann hier unter das Hesel gucken. Oh, fuck. FBI mit dem Geländewagen. Keine Sorge, wer halt, ich hab nen Prius. Alles ist gut. Heckeners, was geht bei euch ab? Willkommen zurück zur GTA Online mit diesem Herren hier. Hello, hello. Wir wundern grad hier diese Wandmalereien. Und wollen heute wieder Geld verdienen. Nicht zu wenig. Ja. Aber ich weiß natürlich genau, welch? Walayala. Wenn die alle wüssten, dass die verlieren, ne? Ob die dann noch mitspielen würden? Ja, super Spiel! Superstart. Oh! Oh! Oh mein Gott, ich bin irgendwo vor der Gegend geknallt. Aber ich kann, ich schaff's noch. Ja, dritter. Ich bin irgendwo dagegen geknallt. Ein Blatt aufgeholt. Alles klar. Nein! Oh Gott. Ich bin in so'n scheiß gelben Ding hängen geblieben. Oh Gott, wir räumt' dich! Ich will das Leben sein. Ja, der ist runtergefallen. Hier, das war in der selben Fackstelle. Flieg's aus der Bahn raus, an dieser Rampe. Oh, ich hab einfach Lack. Okay, doch, ne? Ich hab eigentlich nur Skill in mir drin, ne? Wow! Aber dafür, dass du viele mitmachen, läuft's nicht schlecht. Bei 15 Leuten, du ringt das Cash ohne End. Ich sag's dir im Gude, Alter. Das ist Cash, Almas. Das ist... Du kannst, Alter, ey. Du kannst, ach, du kannst dir ein dicker Nutt kaufen und ein Dünner noch dazu. Dann muss ich nur bei dir vor die Haustür gehen, das langt man schon. Jawohl, fest. Ich bin nach Orland, ich bin jetzt fünfter. Geh fort, Alter! Geh mir kurz fort mit deinem fünften Platz. Just Killer Connected. Gonna fuck you right in the air, sir. Ja! Brrrr! Ja! Oh, nee. Gratis. Super. Dass die Amanda gewonnen hat, war ja klar, ne? Wir sind bestimmt wieder ganz hinten. Oh! Fuck, fuck, fuck. Nicht überschlagen. Oh! Jemand ist einfach so krass neben mir aufgeschlagen. Oh, ich bin vierter. Ich bin zufrieden. Ich bin sechster. Ich bin direkt hinter dir und dem... Oh, mein Gott! Okay, ich bin fünfter. Oh, nein. Ich überschlagen. Wart kurz. Wart kurz. Wart kurz. Bisschen fucking damn. Oh, ja. Hast du einen Waffen? Wer dich freut? Wer es mir nicht kennt, Alter? Oh, haha. Schiebe. So, wir sind am Waffenlade. Oh, wo sind die Bazookas? Oh, Minigun. Das wäre natürlich... Haftbombe. Kanister. Die, was es hier alles alles gibt. Wir können die Waffen erst pink machen, wenn wir Rang 50 sind. What? Das finde ich jetzt natürlich ziemlich weak. Hier gibt's die Gusenberg-Bleispritze. Die Ikone der Prohibitionszeit. Ja, hol die die. Ich hol die. Andey, Augs-Mine. Hinterlasse ein Geschenk für deine Freunde. Die Gusenberg. Achtung. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Alter. Ich wollte nachladen. Bist du jetzt gestorben oder was? Ich wollte dich verprügelt. Alter. Warum bist du direkt gestorben? Das gibt's doch nichts. Ich bin ziemlich schwach auf der Brust heute. Wahrscheinlich kriege ich irgendwelche falschen Knöpfe. Ich steig aus während der Fahrt, will nachladen, schlag Leute tot. Oh, yeah. I'm so happy about my gun. Ich hab jetzt halt nichts automatisches, um aus dem Auto rauszuschießen. Da hab ich nur die Piste. Aber egal. Ich reicht doch vollkommen. Wir haben mich kaputtramt, Alter. Ich sterbe. Es geht los. Woah. Ich werd down von der Polizei gesucht. Ein Stern. Oh. Ich hab zwei Frauen überfahren und du wirst nicht glauben, wer mich jetzt gerade sucht. Ich hab's vorhin mal getestet, wie schlau die Kai ist. Da ist ein Pärchen gelaufen und ich hab halt nur die Frau geschlagen. Wollt gucken, ob der Mann, wie der reagiert, ob der halt auch sauer ist oder einfach weiterläuft. Und tatsächlich, er war sauer geworden. Du wirst nicht glauben, was er gemacht hat. Der war richtig sauer, der Kerl. Der hat richtig aufgedreht. Dann muss ganz kurz über unwegsames Gelände fahren. Oh. Ich hab einfach ne Alter aufgespießt. Ich fahr hier richtig krass an der Promenade entlang. Auf diesem Radweg. Ich bin sowas wie Fahrrad. Da war ich nur mit dem Motor. Begebt mich zum International Flughaven. Okay. Super-Rampe. Oh. Was ist das? Ach, ich bin tot. Bist du gelandet? Oben auf dem... Warte, ich komm runter. Guck mal. Hoch. I'm coming deep. Warte, ich bin auch hoch. Oh shit, Rick. Shit. Oh Gott, das hat dich gereicht. Wir müssen meinen Gerald abholen, bevor er total ausrastet, der Kerl. Wir müssen den Herald abholen, bevor er ausrastet. Oh, Bean, die Polizei. Wir müssen... Spreng die Türen des Wagens auf und befreien, Gerald. Ich glaube, wir brauchen die Saftbomben. Wir müssen erstmal die Bullen töten, höchstwahrscheinlich. Und danach können wir die Haftbombe anbringen. LEROY JEEK! Oh, scheiße. Ich hab's verworfen. Alter, ich glaub, ich treff von jedes Teil. Oh fuck, ich bin tot. Haftbomben ist dran. Oh, der Auto ist offen. Ey, der hockt drin. Jetzt streikt er aus. Hoppe, heil dich. Ist er drin? Ja, er ist drin. Schimpft der da bei dir im Auto rum? Fuck him, motherfucker. Ja, ja, der regt schon auf. Ich glaub, der realisiert nicht, dass wir immer noch in Lebensgefahr sind. Weißt du, er sagt, schreib zu McDonalds, dude. 2,4 Kilometer. Okay, Brody. Oh, Brody. Oh, Brody. Scheiße, direkt Brody. Oh fuck, ich schiebe. Nein, die Menschenmasse reingeschmissen. Es ist reingeschmissen. Es ist reingeschmissen. Halleluja. Reingeschmissen. Ich geb ihm, ich geb ihm, ich geb ihm. Scheiße, ich schmeiß hier rum wie so ein Kind. Okay, mal gucken jetzt. Ich hab ihn. Mach's gut, ich geh in Bier trinke. Wehe, es ist schon wieder so schweine wenig. 5 Millionen. 5 Millionen. Oh, ja. Boah, ja. Boah, ja. Ich trink den Waffenladen, generalei. Ich hol mir einen Bazuki. Bazuki, so eine rosane Mini-Bazuki. Warte, ich muss meine kostenlose Sprutfinau noch was ausprobieren. Probier die mal hier so ein bisschen an den Leuten aus, die reagieren supergeil so. Hallo. Hallo. Was ist denn Rissens? Du hast Geld gedroppt. Ja, ich hab gekillt für eine Frau, scheiße. Jawohl. Tod. 100 Apresel. Oh shit. Nein. Ich hab... Alter... Hör ich der Polizei? Ja, ich versteh das nicht, was die wollen. Mit der Stolzflinte auf der Autobahn. Ich versteh's denn. Ey, lass hier mal die Autos anzünden. Oh Gott. Fuck, ich hab zwei Sterne. Was wollen die von mir? Das ist typisch Amerika wieder. Kriegische Aggressione, du. Kannst du mich mit deinem Auto abholen? Schiff, schiff, schiff! Granate! Warte, hier liegt mal die Granate. Oh Gott, ich bin gleich tot! Oh Gott, ich bin tot! Oh Gott, ich bin tot! Was? Hab ich ne Leiche im Auto jetzt? Jaja! Oh Fuck, FBI mit den Geländewagen. Keine Sorge, Wärle, ich hab nen Prius. Alles ist gut. Meine Mission ist es, Wärle zu retten. Okay, schieb dich an. Denk dran, ich hab nen Prius, der ist... Oh nein! Die haben mich eingezwickt! Wie liebst du noch? Ah, shit. Ich komm jetzt runter, was? Ich komme, brau. Hier bin ich. Oh, shit. Ich bin einfach auf dem falschen Ellenbogen aufgekommen. Goddammit, brau. Lass mal ein paar Leute verkloppen, oder was? Also, die Pampereine hab ich immer noch nicht so gut ausgetestet. Die kostenlose Version von der Räder. Dann können wir mit dem hier Justin Bieber vielleicht. Zu kämpfen. Hey, Bieber. Bieber, wait. Oh, shit, Bieber. Guck mal, die geile Snitch hier. Das ist fucking hot, dude. Ich kann hier unter das Hüsel gucken. Können wir jetzt hier einen Köpper von hier ins Wasser machen? Einen Köpper ins Wasser? Köpper ins Wasser! Nein! Bist du mit einem Satz runtergesprungen? Alter, ich bin hier einfach mit meinen dicken Klöten aufgestoßen. Ja, 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 ja. Ich hab kurz den Sack angeschlagen. Hallo. Guck mal, der hat richtige Manner-Teddy-Sexy-Ideen. Oh, je, weird. Also, bist du zweist Wurzeln? Hallo, Sir. Können wir Ihnen vielleicht behilflich... Oh, der ist direkt gestorben. Guck mal, der ist ein Be... Guck mal, das Gesicht. Du hast ein Kind ermordet. Ich hab ein fettes Kind ermordet. Guck mal, ich kenn das beste Versteck von der Welt. Du musst einfach nur in das Haus gehen, ja? Und jetzt bin ich ein Haar. Achtung, ich fag den Berg hoch. Wer fällt ein? Ich auch. Mach mal. Oh, wie das Ding hochzieht. Das ist ein Audi, Alter. Das seh ich direkt. Chich kennt sich aus. Wie krieg ich einen zweiten Stern mitten in der Wildnis? Bin ich über den Kanickel gefahren, oder weh? Siehst du mich schon? Alter, in was für einem Loch... Was, was, was? Hier, Ray. Alter, Scheiße. Ah, danke. Von der Auto geht wieder. Das war ich schreit. Danke, geht wieder. Ich seh einfach, wie deine Schüssel da den Berg verlässt. Oh, ich komm zu dir. Auf übliche Fane ist man hier. Ey. Jetzt bin Strah, Alter. Jetzt bin Strah. Scheiße, ich hab mich schon verlaufen. Nein. Ich bin der König des Labyrinths. Alles klar. Alter, nicht erschießt. Ich hab Poliz... Fuck, der Polizist schießt mich an. Okay. Ich würd sagen, ich hab gewonnen, Waller. Guck mal, der Polizist spaziert jetzt einfach in einem Labyrinth rum. Was, hat er einen umgebracht und jetzt läuft er so ganz zufrieden? Denkst du mal nicht, hinter seinem Rücken die Waffe ziehen, merkt er das? Und wird aggressiv? Ich glaub nicht. Stimmt, der sieht's nicht. Denkst du mal nicht, daneben schießen, macht ihn das aggressiv? Es ist gut möglich, dass ihn das aggressiv macht. Der ist erschrocken. What the fuck? Was? Wo wollte ich Brot ziehen in der Hand hatte? Das ist doch unfair. Nur wollte ich... Nur... Ja. Ö. Wow. Bischof, verricht mit dem Mann. Der ist einfach in den Baum gefallen. Ich glaub, der ist möglicherweise sogar schwer verletzt. Der ist aufges... Da unten läuft jemand rum. Nee, der ist soll jetzt nicht aufkommen und weggelaufen, der Polizist. Laber nicht. Ö. Ö. Ich mach jetzt erst mal einen Sprung, der sich gewaschen hat. Verstehe ich? Ich bin früher oft... Easy machen. Ähm. Easy machen. Oh mein Gott, Alter, du wirst nicht glauben. Mich hat einer angefahren. Ich bin gegen einen Polizisten gefallen und dann hab ich zwei Sterne bekommen. Zwei Sterne gekriegt. Das wär's dann hier für den Papp gewesen. Und äh, ja. War echt jeder Ödel mit euch. Wir farbstfrieden uns hier mit. Ich hab Frieden, ey. Oh, Pia! Ah, ha, ha. Eif. Eif. Eif.